einen schönen 12 november gestern habe ich mit 700 euro die hälfte meines spendenzieles erreicht für dieses jahr und aus dem grund habe ich ein wunderschönes video für euch vorbereitet mit hilfe von ganz vielen netten leuten ich habe sie gebeten in ihrer muttersprache das wort schnäuze auszusprechen viel spaß bigote das war spanisch das war polnisch baffo moustache misai wussow lahja bayos schnauz wussi dangle das war klasse ich möchte mich bedanken bei anna bei thomas bei joseppe bei trish bei shantan tresa musa bei clara ingrit und marina bei deviana bei christi bei muli bei kersang bei unsula und bei hustin und vielen dank für die einzige spende gestern an janet bis morgen das war die sendung mit dem schnauz